Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen, juhu! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Borderlands 2. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir ja als letztes ein gewisses Mädchen kennengelernt, die tödlichste 13-Jährige der Welt und ich habe immer noch Angst vor dieser Lady, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir dieser Lady trauen können, ich weiß nicht, ob diese Lady wirklich, ja, ob sie wirklich nett gesinnt ist oder ob sie doch noch angriffslustig werden könnte. Ich habe keine Ahnung, deswegen war ich da auch in der letzten Aufnahmesession noch sehr, sehr vorsichtig, aber schauen wir mal, vielleicht, vielleicht erweist es sich doch alles recht nützlich, ich weiß es nicht und, äh, ja, ich würde allerdings mal sagen, da wir ja hier jetzt auf der Minimap ein paar so, also so zwei Ziele vorgegeben haben, würde ich mal sagen, wir schauen uns einfach mal die... Wieso hätte ich da schon wieder angegriffen? Was soll das? Interessant, sehr interessant. Ich dachte, ich hätte die das letzte Mal alle gekillt oder, oder respawnend die automatisch wieder, wenn man neu ladet und scheint schon, ne? Ich meine, die letzte Aufnahmesession war ja, glaube ich, eine Woche her oder so oder eineinhalb Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Und eigentlich, äh, eigentlich wäre diese Aufnahmesession letztens eine Vorproduktion gewesen, weil ich dachte, ich wäre im Urlaub, hat sich aber doch, äh, dann anders ergeben, da wir, äh, doch, äh, bei dem jeweiligen Ziel, wo wir eigentlich hinwollten, äh, hatten wir kein Zimmer bekommen und somit, ähm, ja, hat sich das Ganze wieder ein bisschen verändert. Aber im Grunde genommen, äh, ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann vorproduzieren müssen, aber er ist immer gut dann. Von daher. So, da oben haben wir wieder einen. Oh, okay. Ich glaube, die Leute sind uns nicht freundlich gesinnt, also wenn ich da mal versuchen, da die ganzen Leute einfach mal so kaputt zu machen, irgendwie, wenn es mir denn gelingt. So, und schauen wir mal. Ich habe nur so das Gefühl, dass mir das gar nicht gelingt momentan, und dass ich die gar nicht treffe. Ich schaue einfach mal. Das ist mir nichts. Kaputt. Was ist denn da schon wieder los, äh? Da ist schon wieder so ein... Oh, ich hasse diese Drohnen. Ich hasse diese fucking Drohnen hier. Alter, das gibt's doch nicht, äh. Was ist denn das für eine Scheiße? Nein! Man bleibt doch mal stehen hier. Fink dich. Ah! Das ist doch zum Moinzemecken. Ich schieße zwei, dreimal auf diese Drohne, und, äh, alle Schüsse gehen daneben. Alle Schüsse, weil die einfach nicht stehen bleiben kann. Diese verkackte Drohne, ey. Das kann's doch nicht sein. Was ist denn das für eine blöde Scheiße da schon wieder gewesen? Ganz ehrlich, diese Drohnen, die ringen mich auf. Ich treff diese verkackten Drohnen nicht. Was soll die Scheiße? So sollen wir aufhören, da herumzufliegen wie nur was. Das kann ja nicht sein. Ich treff diese verkackten Drohnen nicht. Man, die sind so scheiße. Die sind so scheiße, diese verkackten Drohnen hier. Das ist sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Oh, ich fang jetzt schon wieder an zu ragen hier. Das ist ja nicht wahr. Das gibt's doch nicht, ey. Und ich verliere hier wieder Geld, ey. Oh, das nervt einfach nur noch. Mann! Oh, weißt du, da wollte ich eine schöne Aufnahmesession machen, und jetzt fünf Minuten nach Aufnahme beginnen, auf einmal ragen schon wieder daher. Das kann's doch nicht sein. Mann, wie dumm sinkt diese Drohnen, bitteschön. Das kann's doch nicht sein. Dass ich die einfach nicht treffe, weißt du? Das ist... Das gibt's doch nicht. Ich treff die nicht. Ich treff diese verkackten Drohnen nicht. Ich bin nicht und so in der Lage, die zu treffen. Wow. Wow. Okay, die eine ist gleich weg. Das gibt's doch nicht. Ich treff die nicht. Und die ganze Zeit habe ich fast keine Munition mehr, weißt du? Das gibt's doch nicht. Diese verkackten Drohnen, ey. Die gehen mir sowas von am Piss grad. Die gehen mir sowas von am Piss. Das kann's doch nicht sein. Na, endlich. Die eine ist mal weg. Eieiei. So, ich hoffe, dass es war... Das sind nur zwei, die da... Die ganze Zeit herumfliegen. Ach, ganz ehrlich, dies... Oh, jetzt kommen wieder diese komischen Viecher her. Das kann's doch nicht sein, ey. Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ja, genau. Keine Munition mehr. Fick dich, Spiel. Ey, fick dich. Boah, ich bin... Ich bin echt knapp dabei, das Spiel einfach aufzugeben, weißt du? Das ist... Oh. Das Spiel kotzt mich einfach nur mit derbe an. Fick doch die Hölle. Nee. Fick die Hölle. Fick die Henne. Fick... Fick alles, was... Was da ist. Oh. Lecko mio. Das kannst doch nicht sein. Warum? Warum passiert das? Oh, Leute. Jetzt auf einmal habe ich mir noch 48 Munition. Hä? Wieso? Ich meine... Ja. Ich sollte mich eigentlich gar nicht aufregen drüber. Aber warum? Ich habe vorher alles weggeschossen. Und jetzt auf einmal... Ja. Neu belebt. Hast du wieder Munition. Weißt du? Wow. Tolles Spiel. Ich mag das Spiel. Wow. Habe ich das schon mal gesagt? Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. So. Und diese Drohne ist komplett weg. Oder was? Ne. Da fliegt sie wieder. Toll. Hat sie wieder einen Kumpel dabei? Jetzt bleibe ich wieder da hängen irgendwo. So. Wo ist denn die jetzt? Nein. Das sind zwei. Das sind zwei sogar. Nicht dein fucking Ernst, oder? Das sind schon wieder zwei Drohnen, ey. Woher kommt auf einmal die zweite wieder her? Das kann sie nicht sein. Ach, fickt ob die Hölle hier. Was ist los? Ich treff die nicht. Ich treff diese fucking Drohnen nicht. Was soll die Scheiße? Die sollen aber stehen bleiben hier. Boah. Können die nicht einmal stehen bleiben und einmal sich treffen lassen? Bitteschön. Das kann es doch nicht sein. Wie dämlich sind diese Drohnen wieder. Das gibt es doch nicht. Ich treff die fucking Drohnen nicht. Das kann nicht sein. Was ist das denn für Scheiße hier? Ah, ich werde noch wahnsinnig mit dem ganzen Schwarz sehen. Ah, legt mich am Arsch. Ah, das kotzt mich so derbe an mit den scheiß fucking Drohnen hier. Boah, ich will eine schöne Aufnahme-Session machen ohne Raging. Und was ist? Zehn Minuten und fünf Minuten später fange ich schon wieder an zu Ragen. Das kann nicht sein. Was ist das für ein verkacktes Spiel hier? Dieses Spiel ist doch verpackt. Mal ganz ehrlich. Wieso treffe ich diese scheiß Drohnen einfach nicht? Weißt du, die bleiben doch eh stehen und ich treffe sie trotzdem nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Kugeln gehen einfach durch die durch. Ohne, ohne dass da irgendwas trifft. Das gibt's. Ja, Tonnen. Oh, ich spuck mich schon da an, weißt du. Das ist ganz toll. Oh. Was ist diese fucking Drohnen jetzt? Na endlich. Meine Güte, was ist das für eine Scheiße? Oh, Entschuldigung. Warte mal. So, mal kurz mich abgewischt, weil ich mich gerade irgendwie ein bisschen... Da sind noch zwei... Das... Will mich das Spiel verarschen jetzt. Will mich das Spiel verarschen. Warum... Warum habe ich da auf einmal zwei weitere Drohnen? Woher kommen die jetzt auf einmal? Das kann es doch nicht sein. Woher kommen die Drohnen auf einmal? Ja, das sind sogar... Fick dich. Fick dich, Spiel. Ganz ehrlich. Fick dich. Warum... Warum kommen da auf einmal drei Drohnen her? Woher kommen die jetzt auf einmal? Die waren vorne hier. Das kann nicht sein. Woher kommen diese scheiß verfickten Drohnen jetzt? Wow, toll. Ich habe wieder nichts getroffen. Fick dich, Spiel. 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 Ja, wow. Supergeil. Dankeschön. Das ist so ein verkacktes Spiel. Aber wirklich so ein verkacktes Spiel. Wer hat dieses Spiel immer programmiert? Das sollte erschossen werden. Ja, wirklich. Der hat ja das Spiel programmiert und sollte erschossen werden. Normalerweise ist es ja so, dass ich eigentlich nur ungern irgendwelche Let's Plays abbreche. Aber bei dem Spiel bin ich kurz davor, das Ganze abzubrechen. Ganz ehrlich. Weil das ist einfach nur so nervig, wenn du ständig auf Gegner triffst und dann Gegner hast, die du einfach nicht down kriegst, weil sie sich viel zu sehr bewegen. Das ist doch nicht wahr. Oh, guck dir mal diese scheiß Drohne an. Warum, warum sind da auf einmal wieder drei Drohnen hier? Das kann doch nicht sein. Woher kommen diese verkackten Drohnen auf einmal wieder her? Vorher zwei Drohnen zerstört und jetzt auf einmal wieder eine scheiß fucking Drohne da. Das kann es doch nicht sein. Was ist das für eine verkackte Scheiße? Wer hat dieses scheiß fucking Spiel programmiert? Der sollte erschossen werden, der Entwickler. Ganz ehrlich. Der sollte mit der Todesstrafe hier bestraft werden. Boah, das kann es ja nicht sein, ey. Ja, genau. Fick dich, Spiele. Fick dich, Spiel. Ganz ehrlich. Fick dich. Oh, das geht mir so am Pistelspiel. Ganz ehrlich. Wah. Ekelhaft. Boah. Ne, sorry, Freunde. Aber ab dem, ab, ne. Ab dem Punkt ist für mich echt Schluss. Ich wollte das Spiel durchspielen. Ich wollte das Spiel wirklich schön weiterbringen. Ich wollte mal nicht ragen. Ich wollte eine Aufnahmesession machen, wo ich nicht rage. Was ist? Fünf Minuten später werde ich angriffen von irgendwelchen scheiß Drohnen, die ich ständig nicht totkriege. Irgendwann, nein. Sorry, es reicht. Dieses fucking Spiel kann mich mal. Boah. Fick dich, ey. So. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich als nächstes aufnehme. Aber das war es für mich für Balllands 2. Das Spiel kann mich mal kreuzweise. Vielen Dank trotzdem fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ciao. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020